Musik 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 Aber dann hab ich meinen Shooter auf dem Dach verloren Boah, wieder so weit rennen, alter Musik Oh, der Hive Auch knapp Speedhead, Speedhead kommt Lauf Boah, so fack dich Nein Hahaha Oh Leben zurück Was denn? Er ist auf die Flos gegangen Ja, was kriegt er dafür? Ich hab ihn Ok, nein Oioioi Oh Oh Vielen Dank Hier ist Heilung Hm? Hier, hier bei mir, hier, 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 bei mir, bei mir Kann er nicht bei du ist Ja, weil er offensichtlich nicht Marvin Hahaha Drau, außen Jonathan, außen Ja, ok, warte Hahaha 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 Das war ja richtig geil Slapstick Humor, das ist fest, alter Aber wir haben uns doch gar nicht warm geschossen, alter Aber wir haben uns doch gar nicht warm geschossen, alter Wir haben uns doch gar nicht, auch hier hab ich schon warm geschossen Ja, cool Hier hatten wir auch schon mal einen Fight, Marvin Ne, war das hier doch? Überall, mittlerweile Na, stimmt Da gab es nur noch ein paar unterirdische Orte, wo wir noch keinen Fight hatten Gehen wir da jetzt ran, über Norden, über die Brücke, oder was? Ja, wir waren sofort Klamix Ja? Ja? Und, naja, gut Gehen wir da vor mir, jetzt hier vor mir! Gehen wir da vor mir! Gehen wir da vor mir! Gehen wir! Gehen wir da vor mir! Gehen wir da vor mir! Wir hatten die Krone und King Gehen wir da vor mir! Gehen wir da vor mir! Gehen wir da vor mir! Gehen wir uns doch nicht zu viel Zeit! Ja, ist doch kacke, hier kommen wir nicht über das Wasser rüber! Ja, da ist doch Zeit! Ja, das ist doch Zeit! Das war nicht er, das war nicht er. Da drinne wahrscheinlich. Crown und King. Oh, vor mir. Ja, klar jetzt. Was ist der dritte? Weiß ich nicht. Drinnen wahrscheinlich. Ne, da ist noch ein Zombie drinnen. Jonathan, hebst du ihn auf, please? Ja. Das war aber knapp. Ja, Mann. Das war klar, ey. Ja. Oh, oh. Er steht da und laufend in die Fakten. Ja, ja. Haben wir getroffen? Sehr gut. Das Feuer fällt hier vorne. Oh, er ist hier vorne, von mir. Oh, ich werde angeschossen. Von dieser Seine. Dann müssen. Oh, er ist tot. Scheiße. So sieht man gar nicht voll wieder. Ach, Mensch. Oh, das ist ein anderer, der da von hinten schießt. Das ist nicht einer, der von dem ist. Der hat einen getötet. Der hat ihn getötet. Der hat einen getötet. Der ist an mir vorbeigelaufen obwohl ich auf ihn geschossen habe, der Romero. Oh, ich war von der Seite geschossen. Naja, das wird der Typ dahinten sein. Ja, das ist die dritte. Ah, das ist er doch mal. Ich hab so eine Reaktionsheit von so einem toten Fisch. Bist du noch immer bei dem Haus? Ja, zwischen der Brücke und dem Turm auf dem Feld. Ok, ja. Ich hab ihn einmal getroffen. Ich hab ihn nochmal getroffen. Ich bin ganz krank. Ja. Er kommt in die Büsche. Ja, die Position. Sehr gut. Er ist zurückgelaufen. Ja. Ja. Ich muss hinter jemanden kommen. Wir meinen, du kommst wieder? Ja. 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 Gehen wir auf die andere Seite der Brücke wieder zurück. Ja. Ja, ist hinten am Turm. Hinten raus. Er hat mich gesehen, leider. Da. Ja. Er hat unten die Tür zu gemacht. Er ist drin. In dem Turm? Ja. Weg vom Turm. Ja. 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 Wie machst du das, Alter? Alle? Noch einen? Noch einen? Noch einen? Mit der Boomlands. Mit dem der Typ hier fallen lassen hat. So. Nochmal? Einen hab ich noch. Dann kannst du angreifen. Nice. Neolatar, wenn du von da aus angreifst, dann... Ja, hab ich sehen. Ein Hit. Der draußen? Naja, es müsste noch drin sein. Ja. Gut. Sehr gut. Du hast ihn getötet? Nice. Du hast gezeichnet. Rüller und Looten, die Sau. Und dann durchziehen, die wieder tot sind. Einer hier. Einer, zwei müssen an der Brücke liegen. Einer davon hatte ich ja gekriegt. Ja, siehste, Jonathan. Ich glaube gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, hier könnten noch mehr sein. Ich glaube, ein Team ist vielleicht abgehauen. Ja, ne? Weil das war ein anderes Team, was das jetzt zuletzt engaged hat. Okay, den... Den kann ich mich erinnern. Ne, hier sind zwei wichtigen tot. Drei. Ne, hier sind drei tot. Drei tot vom ersten Team. Ja, er ist der... Genau. Er ist der Einzeltyp gewesen. Das ist kein Einzeltyp. Hier ist ein zweiter Buddy. Ach so. Der kam hier über die Brücke gepusht. Äh, Schüsse weiter im Norden? Hintermower Battery, ja. Ja. Ja, oha. Erstmal Loot for Loser. Ja. Ja, da sitzen Hunde in More Battery. Ja. Ich loote jetzt erstmal. Ja. Ich auch. Hier liegen vier Leute tot. Im Rahmen der Brücke. Einer auf der Brücke noch. Der hatte deinen Skin. Ja. Der ist halt hinter mir langgelaufen. Ja, ist egal. Konzentrieren jetzt auf den nächsten Fight. Die sind hier schon irgendwo in More Battery drin. Tatsächlich. Der Hinweis ist auf unserer Seite des Grundstücks. Ja. Lass uns die kommen lassen. Ruhig. Die kommen. Die kommen vor uns. Die sind drin. Ne, vor uns kommen die. Die sind drin. Ja. Die sind drin. Einer! Einer hinter dem Karrenloch! Die ist geflasht! Auf sie! Ok, ich bin jetzt auch nicht da. Ich bin hinten rumgelaufen. Noch einer? Nee, Zombie. Aber es könnte natürlich noch irgendwo einer sein. Hier liegt nur mit Lampen rum, wir zünden hier einfach an. Die könnt ihr nochmal looten, schnell. Ich brauche meine Romero wieder. Du kannst einfach, wenn er auch eine Schrotflinte hat, krieg kannst du da auch Money rausnehmen. Einfach die beiden tauschen. Ok. Ready to run! Komm komm schon! sonst ist keine Schrot Bare del Mittel screwed. Okay, jetzt variablesurobe zouden wir uns gepenching. Ok... Okay, wir sind alles gut.